Ja, und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Heute machen wir mal kurz zwei Missionen, also kleinere kurze Missionen. Ich habe schon mal eine markiert, er weiss, was hier auf dich wartet. Und dann geht's weiter. Vielleicht mal zum Rennen, dass er immer noch auf uns wartet. Und schon seit etlichen Folgen. Schön, dass es nicht mehr markiert ist. Dann halt so. Genau, mit dieser Mission hier und diese, weil die gleich nebeneinander sind. Und dann gehen wir mal hier hin, the beast in me. Zum Rennen. Shit. Ja, gut. Kein Kommentar, was wir hier machen. Kein Kommentar. Komm schon, bitte, bitte, bitte. Schaffers. Ich weiß, wir sind ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, deshalb... Ey. Wir steigen lieber raus. Ist wohl schneller. Allerdings müsste er wieder hoch. Ich glaube, hier unten sollte man gar nicht sein. So, jetzt da bitte. Nehmen wir mal wieder Checkers Arch. Schon lange nicht mehr gefahren. Dann nochmal kurz schauen, sorry. Ich glaube, wir müssen eher hier hin. Ich glaube, wir müssen eher hier hin. Aber ich wollte mal noch kurz das hier anbehalten, damit wir mal schauen können, wie die FPS da sind. Weil ich habe noch eine Graficheinstrahlung runtergestellt und beziehungsweise DLSS geändert. Vielleicht sieht man es ein bisschen, dass die FPS mehr aufploppen oder sich ändern. Aber mal schauen, ob das was hilft. Wenn uns nichts hilft, dann ändere ich das wieder. Zurück. Mönch. Schon wieder. Du. Das ist ein Please. Der Weg nach Himmel. Where did you vanish to? Someone else needed me. Maschall Doch, doch, komm Ich bin gespannt Shit toute Dez Zwei Halt Zwei 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 Oh, was ein Mysterium du bist, Spirits der Wasser. Ein Moment du bist Liquid, der nächste du bist Ice. Der nächste du bist Schnee, Vapour, Fromm. Eine Minute du hörst, der nächste du trommst. Wäsch mich aus Sinus, Pain, die impurity von meinem Körper und Sohn. Die negative energy of negative people, worlds, and dimensions. Give me youth, wisdom, knowledge, health, strength, joy, happiness, and lasting inner peace. We draw the spirit of water into ourselves. Together we are one body. We are water. We are the ones who flow over the waterfall's edge. Om. On. We thank you, Spirit of Water, with our mind, body, and soul. There is no life, without you. We honor the beauty hidden within you, and the other elements. Und... Oh, das denkt mich schon wieder. Ihm ist jetzt heller Licht. Interessant. Und wieder ist er weg. Weird. Stairway to Heaven Mission abgeschlossen. Ist es überhaupt eine richtige Person, dieser Mönch? Oder... Wieso kann der sich einfach in die Luft auflösen? Wieso spielt ein Kind mit einer Waffe? Naja... Sieht ja geil aus, dieses Schild. Also ist das ein Kind! Wieso? 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 Ah shit, die andere ist auch tot. Da will ich hier ja helfen. Einfach das Bein weggeschossen. Schade. Ah nein, das ist der fiese Typ. Dann habe ich es ja doch richtig gemacht. Überlastung. Schönes Fitnesscenter hier, wie es aussieht. Einfach wieder unnötig ein paar Dachlose abgeschlachtet. Und nicht gerade wenige. Alte. Wie mies. Hey Jude, wassup? Ah, you know. Same old. You? Funny, was just thinking about you. So, do I got amazing timing? Or are you always thinking about me? You know, I could be cursing your name in my thoughts. Oh, hey. Hey, I'm just glad you remember me at all. Cause I got a favor to ask. Ask away. It's never boring with you. Interesting people aren't easily bored. Not in your company. Okay, now that we've blown each other, what's up? You're on a need-to-know basis. So, this particular mission don't require you to have no gun. Just a wetsuit. Gotta say, I'm intrigued. Why the wetsuit? Can't back out now. Just gonna have to use your imagination. Really know how to reel me in, don't ya? Ain't seen nothing yet. Alright then, count me in. But I gotta warn you. I look great in a wetsuit. Believe it when I see it. Damn out past Rancho Coronado. Know it? Sure. What about it? Little abandoned bungalow lakeside. Meet me there. At sundown. Okay. Is this a date? Guess you'll have to find out. We'll have to. See ya, B. See ya. Paramount Zone. Hört sich ja spannend an. Mit nem Tauchanzug. Regeln für die Booster-Benutzung. Wir haben in letzter Zeit ein Problem mit unseren Booster-Vorräten, die immer viel zu schnell verbraucht sind. Muss ich euch echt an die Hauptregeln für den gemeinsamen Vorrat erinnern? Maximal 5 pro Tag. Warum? Warum? Erstens, damit genug für alle da ist. Zweitens, damit ihr Kiddies weder euch selbst noch andere umbringt. Zwei Schwachmaten haben sich schon mit einer Überdosis abgeschossen und drei andere sind im Trainingsraum so durchgedreht, dass sie ihn kurz und klein geschlagen haben. Reisst euch mal ein bisschen zusammen. Und wenn ihr trotzdem zu viel Energie habt, dann geht halt mal raus. Statt Mailstrom einen Besuch ab und drückt ein paar Blechbüchsen zusammen. Ist mir scheisse egal. Aber legt doch mal etwas Verantwortungsbewusstsein an den Tag. Viel Spass. Okay, wir warten wohl im Versteck für die hier unten. Da liegt auch jemand. Okay, da bin ich echt gespannt, was Judy mit uns hier vorhat. Wahrscheinlich tauchen wir da in den See. Eigentlich wollte ich schauen, wo das hier hingeht. Aber wahrscheinlich gibt es hier unten nichts Spannendes. Oh, so ein paar schöne Motorräder. Ne, hier gibt es gar nichts. Vielleicht da oben. Was es da hoch geht. Na, wohl eher mit Doppelsprung. Obwohl. Oh, shit. Ich dachte, wir können vielleicht ein bisschen cheaten. Dass die da auf die Lampen springen, aber das geht wohl nicht. Naja, ich gehe dann mal wieder nach unten. Oh, shit. Oh, shit. Ich schätze mal, hier rein kann man nicht. Nee. Aber es macht manchmal ein bisschen Spass. Warum zu tun und alles zu erkunden. Weil es halt doch sehr oft irgendwelche Secrets gibt. Und vielleicht hier hinten. Oder auch gar nichts. Oder vielleicht hier oben. Who knows? Ja, da hoch kann man wahrscheinlich nicht. Schade, hätte es sein können. Okay, jetzt sind wir hier oben. Nein, ja gut. Hier gibt es absolut gar nichts. Kurz mal den Junk verkaufen und alles, was uninteressant ist. Das sieht spannend aus. Okay. Kann man machen. Okay. So. Unser Motorrad ist offensichtlich geklaut worden. Sehr schön. Wo geht es hier hin? 2, 3 1 Okay. Ich glaube nicht, dass es so sein muss. X markiert die Stelle. Und was ist die 3? So, es gibt nur 2 und... Ey, 1 und 2. Ey, 1 und 3. Und dann gibt es immer wieder diese Fake-Kisten, die eigentlich gar nichts... zu sagen haben. zu sagen haben. Ich muss kurz mal schauen, wo sind wir jetzt hier. Jetzt will ich die Art of the Night City. Da gehen wir noch kurz hin. Mit irgendeinem Auto. Knapp. Er hat uns fast überfahren. Okay, das ist unzähl, wie es aussieht. V, have a look at the attached and go to the given address. There, you will take a car from Sergei Karasitski. Your job is delivery to the Tiger Cross. The car only, I mean, not Sergei. Everything understood? I hope so. The car only, I mean. The car only, I mean. The car only, I mean. Auftragsart Sonderlieferung. Ziel mit Sergei Karasitski Treffer und sein Geschenk an die vereinbarte Adresse liefern. Ort Garage Redwood Street. Details. Sergei Karasitski hat angerufen. Er ist ein Solo, der handelt, ehe er nachdenkt. Wie mein Mann. Das ist eine Eigenschaft, die einem früher oder später immer dasselbe Ergebnis einhandelt. Ärger. Zu unserem Glück handelt Sergei nicht nur unüberlegt, sondern schiebt auch eine Mordspanik. Deshalb bezahlt er gut und das Geld fliegt quasi von seinem Konto auf unsere. Sergei wartet an der Silk Road auf dich. Triff ihn dort und hol das kleine Friedensangebot ab, das er an die Tiger Cross geliefert haben will. Er selbst kann es nicht abgeben, da er sich einen Ehrenplatz auf ihrer schwarzen Liste eingehandelt hat. Der Gute glaubt, dass das Geschenk den Tigers zur Einsicht treffen wird, damit sie ihm seinen schrecklichen Fehler verzeihen. Okay. Ich bin gespannt, was genau wir abliefern müssen. Ich bin gespannt, was ich so gut von dir. Ich bin gespannt, wie ich ein Neon-Sign auf meinem Kopf habe. Ich fühle mich, wie ein Neon-Sign auf meinem Kopf, das sagt, »Sergai, der mit Tiger-Klaus. Ich habe ein kleines Erachtens für Tiger-Klaus, die in der Garage sitzen. Sie sind nicht so nervös für ein Mann in Ihrer Situation. Aber Sie sehen, ich bin in der Hohmesträch jetzt. Eine Basis entfernt von Freiheit. Wie sind Sie so sicher, dass die Tiger-Clause will accept Ihre Präsenz? Aber信 mir, ich weiß, wir Russen haben eine sehr refined Intuition über solche Dinge. Und Sie sind nur eine Lieferung. Und er wird sowas von sterben. Wie warst du den Tiger-Clause ab? Ah, es war nur ein freundliches Verständnis. Ja, sicher. Und dieser Mann sieht normal aus. Beard, braunen Schuhe, nichts, du weißt, wunderschöner. Und sie haben auch ein kleines Hohen. Herr, was für ein Mann geht mit Hohen? Okay. 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 Dann fling mir die Koordinaten. Just a moment. Ich öffne die Tür in der Garage. Es öffnet auch von innen. Just in case. Das Auto. Es ist ein bisschen mehr als normaler Auto. Aber in ein Nutshell, ja. Just drive es dort und die anderen beherrschen. Und das nicht schrauben. Ich bin auf dich. Ich bin auf dich. Klar. Sergej Karimski. Keine Sogehörigkeit. Und da fährt er einfach weg. Ich gehe gleich zur Garage. Ich wollte mich nur noch kurz hier umschauen, aber hier gibt's gar nichts. Nicht nur das Auto ist das Geschenk. Also ist im Auto was drin. Wahrscheinlich in der Leiche. Würde ich jetzt einfach mal schätzen. Mietvertrag Garage. Der Mietvertrag beinhaltet keine Leifersicherungsleistung für den Verlust oder Diebstahl wertvoller Gegenstände, die in der Garage aufbewahrt werden. Der Vertrag kann jederzeit fristlos gekündigt werden, fast der Mieter die Nutzungsvereinbarung missachtet. Unterschrift des Vermieters Brie Colvin. Unterschrift des Mieters Sergej Karimski. Karimski? Karimski? Irgendwie sowas. Oh, schön. Fertigkeitsplitter Solo. Achttausend Euro Dollars. Ah, schön. Das ist dann wohl schon unsere Bezahlung, wie es scheint. Natürlich öffnen wir den Kofferraum. Ähm. Unusual. As far as presents go. What? What did you say? You're supposed to be my present. A surprise from a certain Sergei. You're not making any sense. You know, like a pop-out cake. As if there's no cake. It's a lot of blood. Ja, wir fragen mal nach. And you are? Alex Pushkin. Senior. Assistent in quality assurance. Biotechnica. What's a Corpo QA doing messing with the Tiger Claws? You work for Tiger Claws? I told them I would not accept their offer. Ah, gut. Einerseits verlässt sich Vakaka auf uns. Und Sergei. Ich habe keine Ahnung, wer der Mann ist. Was mit ihm ist. Biotechnica. Ähm. Haben wir nicht eine Datenbank, wo wir solche Sachen nachlesen können? Datenbank. Ja, gut. Biotechnica. Biotechnica. Biotechnica ist ein Konzern, der sich auf Gentechnik und biotechnische, pharmazeutische sowie mikrobiologische Forschung spezialisiert. In Biotechnicas Labor machten führende Wissenschaftler aus der ganzen Welt die bahnende Entdeckung, die die Welt vor einer drohenden Treibstoffkrise bewahrte. Welche Entdeckung das war? Ju-2. Ein auf synthetischem Alkohol basierender Treibstoff, der aus genmodifizierten Weizen gewonnen wird. Durch das Patent gewandt der Konzern international eine entscheidende Stellung. Bis heute hat Biotechnica die Exklusivrechte an dem Produkt und dadurch komplette Kontrolle über den Treibstoffmarkt. Darüber hinaus ist der Konzern auch in der Lebensmittelindustrie tätig. Grosse Firmen wie Allfoods gehören ebenfalls zu Biotechnica. Allfoods, da hatten wir doch glaube ich auch schon mal das Vergnügen. Gut, steht jetzt hier nicht drin interessanterweise. Also, schau ich mich auf. Ich bin kein Idiot. Nee. Nee. Nee, da steht sonst nix. Ja, jetzt ist die Frage, was machen wir mit ihm? Ich meine, eigentlich geht's mich ja nix an, was der Typ im Kofferraum zu suchen hat. Ich bin mal so kalt. Sorry bud, but your fate has been sealed. Wer weiss, was passiert wäre, wenn wir ihn rausgelassen hätten. Und alle anderen das rauskriegen. Und die Tariklos dieses Geschenk nicht bekommen. Mal schauen, wie es jetzt ausgeht. Und was sie dazu zu sagen haben. Heute wieder mal deutsch richtig gut. Und ob das diesem Särk irgendwie hilft und er uns vielleicht später mal wieder behilflich sein könnte. Als Gegenleistung. Who knows. Shit. Ja, ernsthaft. Wo muss das jetzt sein? Ich fahre mal kurz hier in die Hinterstraße. Und warten ganz kurz mal hier ab. Und erhoffen, dass die Cops gleich weg sind. Und erhoffen, dass die Cops gleich weg sind. Das ist ja gut. Okay, jetzt bin ich gespannt, was passiert. Das Auto hört sich übrigens sehr nice an. Oh ja. Mit wem muss ich sprechen mit dir? Aber ich bin super, das ist ja gut. Ich bin wirklich gut. Und er hat mir einfach die Info gehalten. Oh ja. Ich bin auch gut. Er hat mir nur die Informationen gehalten. Oh ja. Oh ja. Ja, der wird sterben, Sergej. Mir ist gerade aufgefallen, wir machen jetzt eigentlich gerade Geschäft mit den Tigercloths. Und ich meine, wir hassen die Tigercloths. Also ich hasse sie zumindest. Wer ist das? Gauner Tigercloths. Nichts Spezielles. Russland-Amiibo. Shimizu-Riotto. Darf ich hier rein? Sorry, sorry, sorry! Ja, war Kacko. Ich sehe, dass du nicht unnäßig Fragen fragen hast, Vi. Du machst einfach, was von dir gefragt wurde. Ich liebe solche Anführungen. Und ich weiß, wie es kompensieren kann. Kontrakt. Kroost. Ja gut, nachgefragt habe ich schon. So ist es nicht. 5200. Nachgefragt habe ich ja schon. Und einerseits fühle ich mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen schlecht. Weil wir eben Geschäfte mit den Tigercloths gemacht haben hier. I don't know. Wir wählen wir eigentlich gerade gar nicht. Ich hätte es besser überlegen sollen. Passiert was, wenn ich hier nochmal zurücklaufe. Ich kann nicht, Kaffraum kann ich nicht mehr öffnen. Naja. Okay. Nicht mein Problem. Ist zu spät. Somit würde ich sagen, war es das wieder von Cyberpunk 2077. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. I got you. In 2077, they voted MyCity the worst place to live in America. Main issues, sky high rate of violence, and more people living below the poverty line than anywhere else. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020